Und bitteschön, reingeht's in diese Partie. Und das ist das Schöne auch beim TSV 1860 München. Wenn der Ball dann mal rollt, können wir uns auch aufs Sportliche konzentrieren. Wir müssen ja jede Woche... Die Möben sind wieder bissig. Gutau. Oh, was für eine Mitnahme. Lackenmacher und den macht er! Gutau. Der spielt heute Pässe. Alle perfekt temperiert. Und Lackenmacher! Ha, ha, ha! Offensiv zaubert. Wunderbar. Schröter mit ein bisschen Glück, bleibt erst kurz hängen. Und es ist zwar einer reingerutscht, aber ich glaube, den hat er von ganz alleine in den Himmel geschossen. Fynn Lackenmacher. Und die Münchner Löwen zeigen heute gegen die Schanzer eine richtig gute Vorstellung. Und es geht auch scheinbar gleich gut los in Halbzeit zwei. Lackenmacher. Und da ist die Schussschuss für Gutau! Aluminium in den letzten Wochen. Hey, Wahnsinn. Schraubt er den da? Boah, was für ein Eigentor! Nee! Nee! Kostli. Boah, wie der sich durchkämpft. Toller Einsatz. Ditken. Boah, was für eine Ballbehandlung. Ditken! Postet schon wieder Aluminium. Im Grünwalder Stadion. Da zeigt er mal, was er kann. Koppatsch. 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 Im Zentrum ist Mauser. Koppatsch. Reicht das für den Elfer? Doch! 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 Es reicht dann doch. Albion Vreneti sieht gelb. Zeit gelassen. Vielleicht gab es nochmal ein Signal vom Linienrichter. Oben ist er ein bisschen dran an der Schulter. Unten gibt es eventuell einen Kontakt. Yannick Mause. Boah, Hilla ist sogar noch dran. Anschlusstreffer. Nur noch 1 zu 2 aus Sicht der Gäste. Es ist wieder Musik drin. Uru Takpa. Uru Takpa! Tor und Entscheidung! So. Und bitte. Die Münchner Löwen entscheiden das oberbayerische Duell gegen Ingolstadt für sich und kämpfen sich weiter raus. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Nur bei Magenta Sport. Untertitelung des ZDF, 2020